jawohl servus bin zurück bei gottik 3 in der goldenen edition und wir stehen immer noch in faring allerdings können wir da nicht mehr weiter aber das ist mir wurscht wir machen was anders und zwar gehen wir deswegen jetzt nach trellis passen wir auf dafür habe ich eine rune und dann sage ich abri katabri und fort bin ich und da bin ich jetzt vor den torrennen von trellis bei torus und wir laufen jetzt um ihn auch geld an und zwar aus dem grund wir holen uns jetzt die rune ich habe nämlich am ende der letzten aufnahme noch ein bisschen rum gesucht und hat tatsächlich die rune gefunden die ist uns im grunde schon vor die füße gelingen wir haben es gerade gesehen weil ich muss zugeben das ist ein bisschen nervig wenn wir immer so weit rumrennen müssen oh gott da ruckelt es ein scheiß baum her auf damit das war der baum davon bin ich überzeugt und da habe ich etwas übersehen geschaut eine feuernessel ja darf das weiß ich das komische ist die kräuter säge gehe gerade die rune habe ich nicht sehen wo kommt der her gehen wir her da aber dann das nepper hey 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 und schädel ab her damit und dann haben wir noch folgen wenn wir die rune haben gehen wir oben zu die waldläufer die sind wie wir wissen da oben auf dem berg und die haben uns in der letzten auch noch mal eine niederlage zugefügt aber ich schlug zurück was treibt jetzt du das weg ich brauche nämlich das da ja sag mal wo kommst du ja weg damit dieser scheiß nepper wo ist denn die her kommen die sind ja eigentlich da vorne schön bin ich blöd her die machen sie selbstständig sie vermehren sich ja gut auf jeden fall habe ich den snapper ausgerottet und da oben sind die waldläufer g aber nicht mehr lang ich habe nämlich eine neue taktik auf lager und damit haben wir uns in die flucht beziehungsweise bringen wir es um und ich bin da überall rumgerannt gell irgendwie dahinten nomad und so weiter und habe nach dieser scheiß rune gesorgt oh gott geh bloß weg noch einer ja sag einmal die vermehren sich tatsächlich ja was ist denn das eine bluflige du dummes ding in den schädel bye bye das war der letzte flug ja pass auf die rune die liegt genau da vorne pass auf und zwar haben wir da mal die kiste geplündert also die haben wir geplündert und die rune liegt genau daneben schön genau da und ich habe das ding nicht gesehen und das ist jetzt die rune von geldern das ist die da schön geil ja gut jetzt mache ich mich auf den weg zu den waldläufern die sind jetzt fällig ja pass mal auf heiltränke habe ich 89 pfeile habe ich 616 das gelangt schon das ist die rune von gelangt schon weiter geh weg da ist nur einer vielleicht sollte die einfach bei gelegenheit umbringen dann steigen sie mich nicht mehr im weg das gebüsch geflogen jetzt schauen wir mal hin zu die waldläufer buben die ganzen kräuter die säge nur diese ruhe habe ich nicht gesehen sonnenkraut was ist das das war eine schlange jetzt werde ich gleich mal speichern beziehungsweise ich muss da noch öfter speichern momentan kurz einmal noch zehn es sind ja einige gegner und wenn ich die ergreif dann kämen rolle die fühlen sich dann alle angesprochen ich schnapp als erstes denn da provozieren genau mein ding mit ganz wie du willst genau wieviel genau wegen dir ruckels gehen wir oben da schau dir diesen säbel da ich habe da einen vogel ok du möchtest es nicht anders geh herr buur daneben das war der erste allerdings nehmen die noch schön das heißt ich muss nachhelfen mit dem da und dann hat er noch ein langes schwert und das ist 2500 gold wert geil waldläufer buben 13.000 gold ja sag einmal da wird er noch reich das war auf jeden fall der erste einer von vielen jetzt schnappen wir den dumm der fühl sich so einsam kollege geh herr du weg mit der waffe nein weg damit jetzt komm jawohl das habe ich gewollt geh herr du gib es mir ja was ist jetzt der wird wahrscheinlich auf bessere zeiten es geht er zwei treffer gleich nochmal ein meister genau auf die nosen schade ein profi ein hiebner moment einmal der braucht noch einen erntreffer nicht das den habe ich gefehlt und der hat ebenfalls einen waldläufer bogen ja sag einmal haben alle einen dabei dann bringe ich nicht nur alle um sondern kassier sogar noch ab gleich mal speichern jawohl wer ist denn der nächste wenn möglich brauche ich es einzeln gell zweiter ist scheiße wer geht denn hier magst du schau dir den an der arme hund der kann sich keinen stuhl leisten hallo ich habe ein schwert juckt ihn gar nicht weg mit der waffe oh gott nicht ohne auf eine orgie stehe ich nicht ich möchte die zweisamkeit lieber ja sag einmal weg mit der waffe nein ja kommt ja ohne weg damit du hast es so gewollt ich habe es so gewollt geh nach oben weg von deinem freund sag einmal mit dem bogen guck schau dir der hund geh mit mit dem bogen schießen wo wart man denn da höh schau wie er rumhaut höh schau er kann das war nix jetzt komm komm der meister der kann das war nix und k.o nein der muss ich abstechen sonst kommt er noch mal und das wollen wir ja nicht ebenfalls einen bogen das heißt ich kriege meine 50.000 goldstücke locker zusammen für den org in trellis wer die zeit moment bum kurze verschnaufpause und natürlich speichern weil wie man wissen vergiss ich das gern oft wer mag ihn magst du oder du wer ist langweilig weg mit der waffe sag doch mal das ist choleriker weg damit her da du säufer hör auf damit weg mit der waffe weg damit jetzt hat genau geh mit geh mal spazieren hey werd vielleicht ungefrech gell au gestolpert geh runter ja ihr seht schon das wird ein bisschen dauern aber das hilft nicht gegen einen Rudelwaldläufer hab ich keine Chance eins ein hieb noch noch nicht ganz noch einen herf damit und es ist vorbei der nächste zudem krieger erfahrungspunkte habe ich sowieso nötig und ich habe noch 30 lernpunkte auf lager die ganzen lernpunkte habe ich deswegen nicht verbaut weil ich die kohle gespart habe schauen wir mal her da grüß gott ich bin's waffe weg steck endlich die scheiß waffe weg steck sie selber weg ganz wie du willst ja gut der nächste geh runter da seht ich keiner ja gut wieder zung attacke kriegt er seine Brügel au wasau das waren meine Nieren au das hat bestimmt noch ein bisschen geschmerzt aber es ist schon vorbei ebenfalls ein Bogen und Zähne ich hoffe nicht seine wahrscheinlich schon